Heute sprechen wir über die besten Küchenradios. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Küchenradios. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Unser Küchenradio-Modell für den diesjährigen Mobilfunkwettbewerb ist das Küchenradio von Focci, das nicht nur in der Küche installiert, sondern auch in jedem anderen Raum im Haus aufgestellt werden kann. Trotz ihrer geringen Größe kann diese Maschine aufgrund ihrer Abmissungen von 95 by 93 by 68 mm praktisch überall aufgestellt werden. Dieses Küchenradio verfügt über einen integrierten Griff, den Sie mitnehmen können. Nummer 4. Wenn Sie mehr Aufmerksamkeit auf das Medienradio lenken, können Sie die Zeit in der Küche verbringen und köstliche kulinarische Wunder für sich und Ihre Familienmitglieder mitzubereiten. Sie können Musik aus zahlreichen Quellen abspielen und das Gerät kann auch angenehme Hintergrundmusik liefern. Die starke UKW-Kabelantenne eliminiert Störungen und Hintergrundgeräusche, während der eingebaute UKW-Tune einen stabilen Signalempfang liefert. Wenn Sie die RDS-Funktion aktiviert haben, können Sie die über das Radio übertragenen Informationen auf dem LCD-Display anzeigen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Neben unserem Küchenradiotest führen wir auch einen ausführlichen Funkempfängertest mit einem ungewöhnlichen Funkempfänger durch, der sich von den meisten anderen Modellen anderer Hersteller unterscheidet. Digitale Küchenradios haben ein klassisches und stares D-Sichen mit einem Lautsprecher und einer Teleskopbandanne. Dazu gehört alles, was Sie von einem bestimmten Gerätetyp erwarten würden. Dieses Modell enthält einige außergewöhnliche Eigenschaften. Nummer 2. Weitere bemerkenswerte Modelle von Audio Affairs tauchen auch in unserem Küchenradiotest auf. Es genießt bei Musikliebhabern und professionellen Künstlern einen sehr guten Ruf, insbesondere im Bereich Audiosysteme und High-Fidelity-Systeme. Dieses kleine Küchenradio hat die Masse 101b101b37mm und ist mit einem lauten und hochwertigen Lautsprecher ausgestattet. Außerdem muss ein Küchenradio über einen UKW-Tuner verfügen, damit Sie Ihre lokalen Radiosender empfangen können. Der MP3-Player plus Audio-Geräte. Und die Nummer 1 unserer Liste. Sie haben ein Radio entwickelt, das aufregend ist und Spaß macht. Der Radioempfänger verfügt über einen leistungsstarken UKW-Tuner, der ein analoges Signal im Bereich von 87,5108 MHz empfangen kann, sowie über einen digitalen DAP-DAP plus Tuner, mit dem Sie Ihre Lieblingsradiosender störungsfrei genießen können. Sie können über 20.000 Internetradiosender strämen, wenn Sie über integriertes Wi-Fi verfügen. Diese Wi-Fi-Funktion ermöglicht auch das Strämen von Musik, die auf einem Laptop oder der Festplatte eines anderen Geräts gespeichert ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.